Doppelderwinger Remington Remington, achso Da war ein Fehler dran Ok Naja, nein, dieses Spiel hat keine Fehler Nein Willst du dem Spiel vorschreiben, wie es seine Waffen zu benennen hat? Es kann ihnen auch Fantasien-Namen geben, aber dann sollten sie vielleicht nicht bekannte Namen nehmen und dann nur ein Buchstaben einspritschen Doch Da fällt nicht auf, dass es irgendwas eine Inspiration ist Wow, was für ein Gewinn Nächstes Philadelphia, Washington Ne, Washington Ok, ähm Stoff Ja Stoff, ja Ah, was anderes lohnt sich da echt nicht Ok, ähm So Was ist mit ihm eigentlich Ich glaube auch, dass durch die Erhöhung der PS-Zahl die schneller fährt Die Geschwindigkeit des Zuges gestiegen Bestimmt, ja klar, muss ja Oh Oh 120 Ja, ist egal, ist wichtig Ja Und dann kannst du das wieder austauschen Ja Ja Und der braucht ja einen großen Weil der hat 140 Lebenspunkte, ist mir aufgefallen Ja Der kann ja auch beide haben So Ist egal, Hauptsache jemand hat die Im, ja während des Campus kannst du eh nix mehr machen Ja, stimmt So, Entschuldigung, ich wollte den gar nicht anklicken Pancho Geht nicht, wir haben voll Achso Wir haben zwei Passagiere, wo kommen die denn her Ich weiß nicht Was denn steht denn vorher? Äh, ok Da lacht er Okay Oh, ein bisschen Mal ein bisschen Krieg Wo, 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 wo Kriegsgebiet Das ist ja gut Ah, die Indianer, da fliehen wir wieder Ach, das ist ja nicht bisher immer so gut, wenn wir geflohen sind Ich kann die ja auch zahlen Wir haben gerade ein bisschen Geld Ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht, aber Hm, wir brauchen das auch für die Für die Für die Lok Ja Genau Das Wort, was mir nicht einfiel Lokomotive Ja Weiß es nicht Ich auch nicht Weiß es wirklich nicht Ich hab keine Ahnung Ich fahr jetzt mal Wir hatten eben schon so viel Für Lokversuche So Das verkaufen Wo will die Tante eigentlich hin? Richmond Ist das jetzt bald mal Ja, ist der nächste Ja, ja Richmond ist der nächste Ort Gut Endlich los So Warum wollen wir das nicht so? Medizin ist gut Ja, ich glaube das ist das, was wir immer machen von hier Von Washington Ja, das ist auch immer das gleiche, aber Das kann man sicherlich alles merken Was? Was? Okay Du natürlich Ja Natürlich, deswegen Könnte ich mir das sofort sagen Wollen wir danach nach Noxville eigentlich? Ja, Noxville ist der nächste Ort Eigentlich schon Okay Okay Der wird karge sein Eines Tages Gut stimmt Auch Krieg Das sein Okay Transport von Passagieren Ja Transport von Passagieren Handel Sehr viel Bonus Ja 50 Investitionen Haben wir 245 eingenommen Ja Immerhin Ja Es läppert sich halt, ne? Ja gut Ja die Abteilwagenaufwertung ist klar Die war natürlich jetzt teuer Aber Es hat sich ja hoffentlich auch gelohnt Anderes Bestechung gezahlt Das gleicht sich einmal aus Sehr schön Also siebenmal kämpfen gegen eine Bestechung zahlen Ja Aber wir haben Profit gemacht Ja Und die Aufwertungen Das ist ja eine Investition Ja Die sich ja jetzt hoffentlich Nach oben hin auf Ich muss hier mal wieder aufräumen Oh ja Die Auktion in Utica kann auch weg Zack 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 So Noxville ist jetzt das nächste Keine Ahnung was es in Noxville gibt Wer waren wir noch nicht Das heißt Oh Die günstigen Sachen mitnehmen Ja dann nehmen wir Das was hier produziert wird Lebensmittel und Baumwolle Ja Ich nehme einfach mal Lebensmittel mit Die Das wird überall gebraucht, ne? Die brennen auch nicht so leicht, glaube ich So, noch jemand Nach Noxville Warum steht der eigentlich da? Der steht da ja total gut Weil das Äh Teil ist für Passagiere Ja, weil der stand draußen Ja, ne Hallo Die Landschaft genießen Ist viel zu gefährlich Oh, wir haben hier ein Level ab Uh Uh Ja, er ist eigentlich unser Fahrer, ne? Nein, nicht mehr Nicht mehr, okay Wer ist der Reparateur? Ja, dann kriegt er Stärke Oder Ausweichen Ein Prozent Soll ich ausweichen, der soll mir Schaden machen So Na kam's und so Momentan ist Efraim unser Fahrer Das stimmt Ist aber eigentlich Wobei das total dumm ist Wobei das total dumm ist Weil das unser Scharfschütze ist Ja Eigentlich Wäre eigentlich sinnvoller, wenn das zum Beispiel Sandro machen würde, der eh nicht groß kämpft Sandro soll fahren Mit seiner Pistole Aber der muss doch löschen Aber wenn denn Feuer ausbricht, ja Das ist kacke, wir brauchen noch eine fünfte Person Ja, wir müssen mal aufrüsten Ja Wir können ja den einen Waggon Den hier Kann man ja aufrüsten Dass man einen mehr hat Geht das? Nein, aber du kannst ja einen Warum haben wir das noch nicht gemacht? Der hat ja nur Ne, das geht glaube ich Entschuldigung Das geht glaube ich nicht Ähm Aber man kann ja einen größeren kaufen Irgendwann mal Hier ist scheinbar keiner Wo vier reinpassen meinst du, ne? Mhm Hier ist keiner Oder Ja Was kostet denn Was wiegt denn Geh nochmal zurück zum Depot Was wiegt denn der, wo eine Person Der 280er da Was wiegt der denn? Der wiegt 3 Tonnen Halt schon Ach, du kannst nur einen Begleitwagen gleichzeitig nutzen Okay, scheiß drauf Hehe Ja Dann ist die Frage erledigt Aber das ist ne Idee, dass man das aufwertet Oder das erweitert Dass es nun Vielleicht in Noxville Gucken wir mal Wer weiß, was es in Noxville alles Tolles gibt 600 Nützt ja nichts Deswegen Es ist fast die Hälfte Wir haben durch die Strecke Durch den Passagier Kriegen wir die Hälfte davon Ja, wir müssen da ja hin Also Früher oder später Müssen wir ja eh alles freikaufen Fürchte ich Mhm Wo ist nichts passiert Ich fand übrigens viel erschreckender, dass unsere Kohle so gut wie alle war, als wir das ankamen Achso, das macht er doch automatisch Kohle nachkaufen Ja, aber die Strecke war so lang, dass wir fast kaum noch Kohle hatten Ja, aber der kauft doch unterwegs einfach spontan Kohle Echt? Das habe ich doch auf vollautomatisch gestellt Echt? Aber unterwegs? Ja, auch wenn du das manuell machst kannst du Dann sagt er glaube ich, dass du nicht genug Kohle hast oder irgendwie sowas Weiß ich nicht Jedenfalls ist das eigentlich nicht so problematisch Okay, nein Ich finde es nicht so groß, aber egal Jetzt wissen wir ja was wir hier haben Warte, wir müssen erstmal hier Michael glaube ich wissen Und dann Genau Wie geht's denn Papas kleinen Liebling so? Ah, ich bin groß geworden Kannst du wissen? Ich zieh dich doch bloß auf Schwierigkeiten, okay Meine Firma hat die Verbesserung am Leiskörper entworfen Gereist? Um Noxville vereinfachen Das Problem ist jetzt aber, dass ich gegen Stahl habe Ich dachte die Stahlindustrie boomt Stimmt schon, aber im Norden bla bla Blockaden Warum beholst du den nicht selber? Äh, genau das gedenke ich zu tun Ich habe einen Lieferanten Problem ist nur, dass zur Zeit alle meine Züge anderweitern Ich hatte halt auch Züge Klar Vergiss mal das Projekt und hilf mir Ja oder lieber zweitens Ich mein kriegen Ja das kommt vielleicht ja noch Warte dann Immer noch der alte selbstsüchtige Baster Wie? Siehste? 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 Da war das unsere Öl-Option Ach, daneben ist unsere Öl Ach, ja Das passt doch dann ganz gut Das ist natürlich eine ordentliche Strecke Aber wir können jetzt nicht Louisville Cincinnati fahren, oder? Das ist noch nicht frei Müssen wir freischalten Das kostet so viel Geld Können wir trotzdem machen Ja, das stimmt Ich muss da erstmal hier kurz gucken Aber wir müssen natürlich ja möglichst Oh, da Nee Vier Passagier Warte Was will ich da haben? Kanonenwagen Wollah, die Waldfee Nee, haben sie nicht Nee Okay, äh So Warte, ich muss mal kurz Ich muss mal kurz gucken Genau Wir fahren nicht Was kostet die Strecke Ja Wir wollen jetzt nach Cincinnati Das wäre einmal Nee, nach Cleveland Nach Cleveland Das ist ja da ganz oben Das wären eins, zwei Zwei, vier Das funktioniert nicht, nee Nee, ja Das ist total doof Nee, das schaffen wir nicht Dann fahren wir außen rum Naja, und dann machen wir nur die Strecke von Buffalo nach Cleveland Müssen wir neu kaufen dann Ja, die kaufen wir Die kostet wahrscheinlich auch nur 300 Aber nicht 300 Das ist ja nicht so Nicht jetzt Ja, die kommen wir aber nicht jetzt Okay Ja gut, dann fahren wir jetzt nach Richmond zurück Äh, nein, wir können erstmal Passagiere einladen Richmond Richmond Washington Washington Ja, da kommen wir ja vorbei Washington liegt auf dem Weg Oh Okay So Und dann, was nehmen wir mit? Das geht alles schönes nach Richmond und oder Washington Washington ist hier gar nicht drauf Das war ganz ungünstig gerade Also die produzieren Stoff Also die produzieren Stoff Achzehn Achtundzwanzig Aha Oder fünfundzwanzig in Richmond Wahrscheinlich nicht Oder Tabak Ne, da nehmen wir Stoff mit Ja Ist egal Ja Ja Ist ja nicht gerade die, die, äh, florierende Stadt Kannst du hier noch mal Mit viel fantastischen Kann er jetzt nichts mehr machen, weil er krank ist? Ne Ne, er macht das nur on the way Was ist das System noch nicht verstanden, ne? Ne Kein Problem Kein Problem Ist auch, ist auch echt undurchsichtig Was, wann, wie, wo passiert Dann soll er jetzt mal reparieren Ne, ich glaube nur im Kampf Ich glaube, das ist das Problem Es geht nur im Kampf Lächerlicherweise Er hat doch jetzt gerade nichts zu tun Ja Es ist sinnlos Ich habe keine Ahnung Ich auch nicht Was bietet er hier an? Äh Alkohol Und Baumwolle Grün heißt immer Das ist ganz rote gewesen Äh Dann hau weg und dann nehmen wir Alkohol mit Eier Eier Tuzern Naja, wir können eh keinen mitnehmen Ne Ne Ach guck mal, Familie haben wir auch fertig Sehr schön Ja, stimmt Wiedergefunden Die erste US Einstein Alkohol in New York Eigensteuer Einkommenssteuer New York Okay Das heißt, ich muss dann Einkommenssteuer zahlen Wenn ich da Alkohol hinliefer Äh, das ist ähm Ich glaube, dass der Bedarf einfach steigt Weil die Leute Sich die Sache schön saufen wollen Keine Ahnung Okay Nein Ja Ja Oder Hilfe Oh Gott Das sieht doch ganz gut aus Hier nehmen wir wahrscheinlich wieder Stahl mit, ne? Best Mal gucken Richmond Washington Schnee Nee? Nicht? Nee Nein Lebensmittel Felle Felle könnte man mitnehmen, ja 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 Wo geht's danach hin? Nach Philadelphia Wir könnten auch Schmuck wieder mitnehmen, jetzt nach Philadelphia Ja Die zwei Stunden und dann den Rest mit Fellen auffüllen Falls wir noch Platz haben, versteht sie Ach, da haben wir noch zwei Stücke So, wir sind voll Erzählt ihr euch noch was? Ich bin so froh Ja Schön Okay Dann Sei froh Auf geht's Auf In den Norden Zu unserem Friseursalon, wir können alle immer Haare schneiden gehen Ja, das wird auch mal akzeptiert Ahhhhh Wohnen die da? Ja Ähhhh Man sieht sie eigentlich mal auf der Karte Wieso sieht man die nicht auf der Karte? Ähhhh Zu einfach So, Sandro Bleibt hier Ja Find ich Walter Walter bleibt auch da zum reparieren Walter bleibt auch da zum reparieren Reparature machen Henry tut so als würde er hier mal ein bisschen Mit den Geschützen arbeiten? Er tut aber nur so Kriegen wir das noch raus woran das liegt Ob das zwei geht und noch nicht Ich frag mich ob man diesen Boost hier erst machen sollte wenn die kommen Das kann natürlich auch gut sein Mach versuch mal Wir können die Geschwindigkeit ja noch hoch regeln Wir sind jetzt bei Irgendwas Ähm Warte mal Jetzt gehst du mal da in die Ecke Dass die 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 Geschütze wieder funktionieren Beide Wie cool ist das denn schon mal? Was überhaupt wieder klappt Meinst du dass er dann vielleicht repariert wenn er da steht? Ne Ne Der schaufelt mit Das ist nicht der Sender sogar Ja Der schießt die Prätskade Das meinte ich Michael du stehst da ganz bescheuert Wer Wer schießt? Er schießt mit der Gatling Gun Halt stopp Da kommt einer von hinten Ok warte jetzt müssen wir hupen Und Fuß machen Was? Der Hubert hat nichts gebracht bei dir da hinten? Jungs stimmt hier nicht Wo ist Sandro? Sandro geh mal da hinten hin Ist das unser Nahkämpfer? Weiß ich nicht aber der ist am nächsten dran Wo ist denn Walter überhaupt? Vorne Immer noch Was? Der ist nicht mehr vorne Ich hab dem ne Aufgabe gegeben Oh jemand hört auf dich Das ist ja was ganz ganz Neues Und das kommen so viele von hinten Ich hätte gerne eine Gatling Gun die nach hinten geht Oh ja Da ist der echt der Falsche da dran Wo? Ach der Efraim Ja das stimmt Deswegen wir brauchen noch einen fünften Dass der denn ähm Lokomotivführer wird Er lädt nach das dauert Ja aber er tut wenigstens was Und er ist gleich fertig mit dem Nachladen Krass Kannst du den Skill anwerfen Dann geht's vielleicht noch schneller Jetzt ist er doch fertig Nein das sind noch zwei Slots Weißt du wie lange das dauert? Zehn Jahre 100 Sekunden Ich schätze Hä? Ah doch es steigt das Pferd Ich dachte schon Ist irgendwie kaputt oder so Da wird die andere noch am Geschütz eigentlich Ja ja der Hält das fest Damit es nicht hinfällt oder so Sehr gut Sehr gut Sehr gut Der putzt das jetzt Das ist wichtig Oh 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 Unsere Rep... Das wird... Wird repariert Walter repariert unsere Lokomotive Wahnsinn Der helle Wahnsinn Das ist hier kaum zu glauben Muss mir an den Kopf passen Ich bin von neversiegender Freude erfüllt Du schießt da jetzt schon wieder nicht Ach komm schon Du hast doch die ganze Zeit geschossen Ja jetzt Ja Das war gut Walter Super gut Komm Jetzt den auch noch Ja schieß 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 Ja gut Gut gemacht So Jetzt gehen wir mal an das Ding hier Alter wie mit nem kleinen Kind Du redest wie mit nem kleinen Kind Guck der schießt Komm schieß den Toten Das ist Guuut so Sehr schön Guck mal da wirds wieder repariert Geil Das lohnt sich richtig Dieser Skill dann Den sollten wir auf jeden Fall weiter erhöhen Weil dann brauchen wir deutlich weniger Kosten Dann können wir nämlich auch mal mehr kämpfen Sandro Sandro Wo bist du? Sandro Wo ist Sandro? Brennt das schon wieder oder was? Nein Aber der muss da hinten hin Aber dann können wir deutlich mehr kämpfen Oh das war auch nötig Der hat übrigens Ähm Efra eben den Weg blockiert Sodass er nicht nachschaufeln konnte Wir hatten kaum noch Zeugs im im Ofen Guck Yeah Booster Sehr cool Ja Letzt ladet mal alle nach Ihr Nasen Ganz wichtig Jetzt arbeitet er nicht mehr Wieso repariert er jetzt nicht mehr? Jetzt hat er keine Lust mehr Weil jetzt Der Typ da ist ja Jetzt ist kein Platz Ist es das? Ich hab keine Ahnung Kann ich ihn auch da rein stellen Vielleicht ist er dann Jetzt schaufelt er mit Schaufelt er mit Man soll nicht mitschaufeln Dann geh lieber woanders hin Junge Ja Warte Aber dann Dann erst recht Dann können wir wirklich erst recht kämpfen Weil dann wird das da vorne nicht blockiert Also dann kann man ihn da zur Not auch hinstellen Dass er da steht und repariert Und schießt gleichzeitig Ja Fein Henry Alter Gut machst du das Alter Alter Guck dir das mal an Ja ja jetzt leg Jetzt machst du jetzt Warum schießt du jetzt nicht auf den? Weil der Abhaut hat Angst vor uns Okay Ja 20 Meter Meine Freunde wurden alle weggemäht Ist jetzt echt weg? 20 Meter 20 Meter Ja da sind Hier Meter 17 Meter Ich glaube das ist Meilen Und äh Null Komma heißt 150 Fein Wobei Ich auch nicht weiß Wie ist denn diese Umrechnung Von der nächsten Stufe Was ist denn unter Meilen? Im imperialistischen System Füße 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 Ja die rechnen doch in Füßen und in Inch Die haben so einen Schaden Die haben so einen Schaden Sorry Die haben so einen Schaden Ja die Einige nutzen das ja auch schon gar nicht Will Zu Recht Übernehmen sich wie zivilisierte Leute Und nutzen das metrische System Ach komm Henry Das ging doch eben so gut mit uns Henry Gib nicht auf Junge Tu doch jetzt nicht sowas Komm schon Hier da Schieß drauf Henry Henry Er will nicht mehr Da wird Evra eben rein Hm Don't do not Henry Ja komm Henry Ja Henry Geh an das Gefühl Ja Henry Geh an das Gefühl Du musst da erstmal nochmal wieder hin Da wird er das machen Der muss immer erstmal weg gehen glaube ich Jetzt hat er eben übrigens wieder geschaffen Der muss tatsächlich irgendwie einmal davon weg gehen Ah Gott Ja Sehr schön Das war gut So Meditation Oder Intelligenz Das ist die Frage Das ist die Frage Ich meine Aber er ist ja jetzt gerade Aber er hat ja Wir können ihm nur eins geben Und ich finde eigentlich als Scharfschütze ist er schon nicht so schlecht Wenn er denn schießen darf Ja aber dann kriegt er erstmal Meditation ne? Genau Dass ich auch heilen kann Mehr Heilung Ich glaube es können sich Alle außer Walter heilen ne? Hat er das schon? Ja der hat schon zwei Stufen glaube ich Ja der hat schon zwei Stufen glaube ich da drunter Das könnte da ja auch mal still ne? Ja das ist ja der Feuerlöscher Aber es ist ja kein Feuer ausgebucht in letzter Zeit Oder stärker Oder Beweglichkeit Das ist ja Ja Nachladezeit ist natürlich auch gut Mhm Ja dann nennen wir das Ja So Gut Ist hier ein Krankenhaus? Natürlich nicht Nein Nächstes ist es wieder in Philadelphia Ne in New York Ne hier machen wir Verlust Machen wir hier Verlust Neun Verlust Ne das wollten wir doch auch mitnehmen Ne das Pelz ist eh nicht zu teuer Ne wir wollten das doch noch eine mitnehmen Oder? Genau nach Washington ähm Philadelphia Aber wir können wieder jemanden mitnehmen vielleicht Theoretisch Nö Ja Utica vielleicht Fahren wir nicht da oben lang? Ne wir fahren nach Buffalo Das ist eine White Ice Eagle Okay Äh gut Dann Weiter nach Weiter Norden Okay Egal Ach da ist er Mit den Preisen Ah das ist doch was anderes Uiuiui So und jetzt fahren wir Was mein Zettel? Zettel? Nach New York jetzt glaube ich ne? New York Rio Tokyo Weis Oh wir Jetzt ist nach New York dann nach Buffalo und dann Nach Stoff Wo auch immer wir hin sollen Nö 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 So kommt noch jemand nach New York New York Oder nach ähm Buffalo also wir können aber hier noch möchte keine gar nicht stimmt 4 da der für 2000 kostet wie viel wiegt der? wie viel wiegt der aber? ob wir den mitnehmen können 12 wiegt unsere? ach das ist wieder mit personen drin 10 also 2 mehr das geht das kriegen wir hin dann können wir den verkaufen kriegen sogar 1000 ach gut das ist natürlich die aufwertung wie der jetzt da ein bisschen flöten geht es nur 2 stunden naja also verkaufen und dann den guten da sehr cool dann können wir jetzt nämlich noch einen mitnehmen ja müssen wir den guten finden ja ich finde es ein bisschen ich finde es ein bisschen wirklich wirklich schade vermutlich wobei eigentlich auch nicht dass es keine frauen gibt die man mitnehmen kann mhm denn gerade solche skills wie zum beispiel handel und heilung könnte ich mir vorstellen wären eher was für frauen natürlich scharfschütze in der zeit 1861 vermutlich eher weniger aber sowas wie heilung könnte ich mir sehr sehr gut bei einer frau hier in 1861 vorstellen nicht das jetzt noch so ein bisschen sexistisches kaninchen frage aufgrund der zeit wollen wir langsam auch schon genau das ist eigentlich eine gute idee das ist eine sehr gute idee ja wir haben ja viel erlebt viel geschafft ja es ist irgendwie doch spaßig das spiel ne wo manchmal denkt man eigentlich fällt man ja nur von stadt zu stadt und verkauft aber irgendwie ist das doch spannend mit den kämpfen ja jetzt geht es mit den geschützen das heißt die kämpfe sind ein bisschen besser und jetzt mit den neuen personen heißt das dass wir auch noch mehr möglichkeiten haben ja in den kämpfen das ja cool gefällt mir cool ja dann vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020